Ihre Entdeckungsreise des Montmartre beginnt am Boulevard des Clichés, vor der Hausnummer 82. Sie stehen vor dem berühmten Mollerange, welches in vielen Werken des berühmten Malers Toulouse-Lautrec zelebriert wird. Bei Hausnummer 9, der Rue Yvonne-Letac, sehen Sie den Ort, von dem man vermutet, dass hier die Enthauptung des St. Denis, Bischof des 3. Jahrhunderts und Schutzpatron von Paris, stattgefunden hat. Auf der rechten Seite der Rue Le Pic werden Sie auf die Moller de la Galette stoßen, welche früher ein berühmtes Open-Air-Tanzlokal war und heute ein Restaurant ist. Das Restaurant wurde in einem berühmten Gemälde von Renoir aus dem Jahr 1876 verewigt, das im Musée d'Orsay aufbewahrt wird. Maiwowo hat hierzu eine separate Datei erstellt. Gehen Sie nun weiter zum Place du Tertre, der im Herzen von Montmartre liegt, und gönnen Sie sich einen Moment, den Straßenmalern und Porträtisten mit ihren Staffeleien zuzusehen und an Souvenirläden und Cafés vorbeizuschlendern. Gehen Sie nun weiter zur Rue Corteau, um dann zum nächsten Etappenziel, dem Musée de Montmartre, zu gelangen. Hier können Sie in das Ende des 19. Jahrhunderts eintauchen, als das Viertel, in dem Sie sich befinden, noch von Künstlern aller Art bewohnt war. In diesem Museum wird eines der originellsten Werke der Geschichte der Malerei aufbewahrt. Sein Name ist Dramonto-Sul-Adriatico, Sonnenuntergang über der Adria, und wurde vom Schriftsteller Roland d'Orgeles gemalt, in dem dieser einen Pinsel an einen Eselschweif hängte. In der Nähe des Place des Tertrins, in der Rue de Montceny, können Sie die Kirche von Saint-Pierre de Montmartre besuchen. Es handelt sich um eines der wenigen Exemplare romantischen Stils in Paris. Die einfache Fassade aus grauem Stein stammt aus Erneuerungsarbeiten aus dem 17. Jahrhundert, während das Innere die einfache mittelalterliche Struktur bis heute beibehalten hat. In dieser Kirche, welche im Jahr 1147 geweiht wurde, können Sie die ältesten Pariser Mauergewölbe bestaunen und sogar einige architektonische Fragmente aus der Römerzeit entdecken. Und denken Sie daran, einmal um die Kirche herumzugehen, um den alten Glockenturm zu betrachten. Es handelt sich um einen mehrstöckigen Turm, der aus aneinandergereihten Fenstern besteht. Nebenbei. Man munkelt, dass der Striptease genau hinter den Mauern des Monerouge erfunden wurde, genauer gesagt im Jahr 1893. Es geschah am jährlichen Bal de Quazards, der von den Museen der Künstler der Schule der Schönen Künste besucht wurde. Eine von ihnen, die hemmungsloseste von allen, sprang auf einen Tisch und begann zu tanzen, während sie sich die Kleider auszog. Untertitelung des ZDF für funk, 2017